Musik Das ist Disktalk, macht mega viel Spass, aber schaut selber. Musik Der Hundebriis bekommt ursprünglich aus Amerika. Dort hat einer mit seinem Windhund Frisbee gespielt. Das war ein Wispet. Er hatte den Mut, das in einer Pause eines Fußballspiels vorzuzeigen. Wir haben einen Hunde-Frisbee-Club. Der heisst Disktalk Ostschweiz. Den haben ich und Alain zusammen gegründet. Alain war der, der vorher mit Diva, der Dobermann-Hündin und Lili gespielt hat. Musik Ich glaube, das kann jeder lernen. Ein paar mit mehr Aufwand und ein paar mit weniger Aufwand. Musik Ich finde es noch recht wichtig, dass sich nicht jemand einfach eine Scheibe nimmt. Es ist eigentlich gut, wenn man Hunde-Frisbee lernt, vielleicht an einem Seminar oder an einem Kurs. Musik Der Dunst vom Körper ist das Spielen so anpassbar, dass man mit grossen Hunden spielen kann. Dann spielt man eher flach, mit weniger hohen Sprünge. Und auch mit ganz kleinen Hunden spielen kann. Das ist eigentlich etwas für jeden Hund. Musik 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 Musik